Hallo Leute, machen wir mal ein Unboxing-Video. Einfach mal so zum Spaß. Ihr wisst, was ich mir gekauft habe. Für 130 Euro habe ich mir folgendes gekauft. Halleluja! Halleluja! Okay. Also ich packe es jetzt mal schön aus. USB-Ultimate-Mikrofon, Schleichwerbung vom Feinsten. Da ich zu arm bin für einen Tisch und ich Hartz-IV-Empfänger bin, so wie mein Zimmer aussieht, glaube ich, legen wir es mal auf dem Bett. Nein, 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 machen wir nicht. Hier auch nicht. Wo machen wir es denn? Schreibtisch. Auch mal einen schönen aufgeräumten Schreibtisch, der überhaupt nicht Hartz-IV-Empfänger-mäßig aussieht. Hier Schleichwerbung für einen gewissen Sender. Und ich hoffe, der Akku reicht. Ich habe den nur ganz flüchtig aufgeladen. Ich glaube, der ist gleich leer. Okay. Ich habe nur einen Versuch. Wenn dieses Video plötzlich aufhört, dann habe ich die Arschkarte gezogen. Ich kann es nicht nochmal aufnehmen. Deswegen muss ich mich beeilen. Okay. Also ich würde sagen... Mit einer Hand zwar. Mit einer Hand ist jetzt zu öffnen, ist schwierig. Ich halte ja mit der anderen gerade die Kamera. Moment. Ich glaube, ich muss die hinstellen irgendwie. Aber ihr müsst ja das sehen, wie ich das aufpacke. Moment. Ich nehme die mal schnell in den Mund. Klingt ein bisschen pervers, aber ich... Ist so. Moment. Moment. Ah, jetzt ist mir runtergefallen. Äh, scheiße. Okay. Naja, das Wichtigste ist jetzt offen. So, dann ziehen wir das mal raus. Aus seiner... Aus seiner... Behältnis. Moment. Ah, das ist doch was. Ich muss vorsichtig umgehen jetzt. Ah, auf jeden Fall ist es jetzt offen. Äh, jetzt brauche ich dieses Ding hier. Gut. Scheiße, hier muss ich es irgendwie aufschneiden. Was habe ich denn da alles? Ich muss improvisieren. Äh, ich nehme mal dieses Messer hier, das irgendwie da rumliegt, keine Ahnung, und voller Dreck ist, was total hygienisch ist, ne? Wenn RTL das sehen würde, würden sie mich als Hartz-IV-Empfänger bloßstellen, was ich wahrscheinlich auch gerade so, äh, bin, oder so erscheine gerade momentan, aber Hartz-IV-Empfänger können sich kein 130 Euro-Mikrofon leisten, also... F***t euch, ihr Hater. Okay. Hier geht's nicht auf. Oh Gott, bin ich zu blöd, das zu öffnen. Ich muss jetzt mal hier das öffnen irgendwie versuchen, das rüber aufweisen. Nee, ich weiß nicht, ich mach das ganz professionell. Ich zeig euch jetzt, wie man es professionell aufmacht. Warte, ich schuze jetzt mal hin. So, hier ist still ein Poop. So, okay. Ich glaube, das muss ich jetzt irgendwie so hinstellen. Sieht ja schon ganz gut aus. Und jetzt so, nehmen wir mal das Ganze aus seiner Styropor-Fase rum. Ah, gleich hab ich's! Gleich hab ich's! Geschafft! So kann's losgehen. Und zwar, jetzt gleich! Ah! Das ist das schlechteste Unboxing-Video ever. Naja. Okay, ihr seht, so ein Oschi-Teil. Die Mädels werden's lieben. Nur zum Vergleich, das ist mein Bildschirm. Oder das ist meine Hand, nur zum Vergleich, ne? Dann sieht man, was für ein fettes, langes Teil es ist. Ähm. Ja. Ich hab's euch gesagt, 130 Euro. Gut, äh, dann schließe ich's mal an. Das, äh, mach ich allerdings aufs Krim. Dann sehen wir uns gleich wieder und werden die Qualität überprüfen. Bis gleich! Uhuhuhuhu! Uhuhuhu! So, Leute. Nicht erschrecken. Das ist nicht die Qualität dieses Mikros, das ich mir gerade gekauft hab. Das ist die Qualität von diesem Stummel. Also ich nehme das momentan mit diesem Stummel da auf. Nur damit ihr einen Vergleich habt, wie sich das anhört, wenn ich jetzt dann gleich das neue Mikrofon einstecke. Und wie sich die Qualität gerade verbessern wird. Ich hab jetzt einfach mal Pokémon als Standardbild genommen, damit ihr ungefähr euch ein Bild machen könnt, wie es nach der Let's Play Pause weitergehen wird. Gut, also ja, hier jetzt gerade mit dem normalen Mikrofon, mit diesem Stummel. Ihr wisst, ihr habt das wahrscheinlich in diesem Infovideo gesehen, bla bla bla. Aber, ja, so hört sich's an. Und ich glaube, jetzt stecke ich mal das neue Mikrofon ein. Und zwar genau jetzt! Okay, Leute. Das ist die Qualität dieses neuen Mikrofons, was ich mir gekauft habe für 130 Euro. Naja, gut. Ich kann's jetzt gerade nicht sagen, ob's besser oder schlechter ist. Wahrscheinlich hört man die Qualität auch nicht. Vielleicht sind's nur ein paar kleine Details. Wie zum Beispiel, kann ich nicht mehr so, ähm, so reinblasen. Zum Beispiel wie in einem kleinen Mic, sodass es dann irgendwie sich so anhört. Uhuhuhu! Ne, also, hier ist es deutlich schwieriger, dass ich solche Effekte bekommen würde, falls... Äh, also sowas kann ich höchstens kriegen, falls ich mal so wirklich erstrecke. Zum Beispiel, oder so, ne? Für Minecraft zum Beispiel, in den kommenden Parts, wenn wir eine Öle machen zum Beispiel, könnte das sogar vorkommen. Naja, okay. Auf jeden Fall war das mal das kleine Unplugging-Video. Das neue Mic. Und, ähm, ja, wir sehen uns dann im Special wieder. Im 2-Jahre-Special. Ich hab ja, ähm, ja, bald Jubiläum. Oh Mann, muss ich kurz hutzen. Äh, ja. Ähm, ja. Ich weiß immer noch nicht, was wir spielen wollen. Also, da muss ich mir langsam was einfallen lassen. Ja, ja. Okay, dann, äh, schönen Tag euch noch, ne? Ciao. Ja. Ja. Ja.